haben die ersten minuten haben sie dominiert haben sie gar nicht er war wieder koppel verblendet ja cool wir würden es immer so machen es war eine richtige also sie haben sich mehrere tage auch was dabei gedacht und er hat sich mehrere tage darauf vorbereitet haben sich was dabei geht mal strauchelt dass bayern halt überhaupt das dann auch ausnutzt überhaupt auch punktet die spielen mit oder gewinnen teilweise mit mehr glück als verstand ihre spiele f meter rote karte so drei zeige gegen augsburg irgendwie hier ich hab den namen schon gelesen ja easy es ist schon eine machtdemonstration wenn du bayern mit 3 zu 0 zerlegt ohne gegentor ohne gegentor vor allem real madrid hat es vorgemacht wie man mit dem konkurrent der basketballtrainer das ist schon ehrenlos das ist so ehrenlos jetzt in depth hinterher alter oder ein greedy ich weiß nicht wie man es macht ja L2 gedrückt halten rechter stück einmal nach hinten zweimal nach oben oh dass kim frisch vom asien cup spielt vord kommt so check ich es nicht warum eine dreierkette 4231 alter ich denke nicht alter digga was macht er hier ich glaube ja bei fifa bei der ps5 version würde man ja immer noch sehen wie die distanz ist aber der apropos man kann einfach bei edeka ist ja ich war neulich dabei edeka in der kasse bei uns der da gab es so stand einfach hinter der kasse 590 euro 590 schon geiler preis ich habe meine damals für 500 kalt ich weiß hat zwar ehrenlos geregnet sonne aber christopher ronaldo ich glaube das hat dem gegner einen kleinen denkanstoß gegeben deswegen zeigst du dir auch in den kopf weißt du rossi wollte rossi wollte langsam machen weißt du er meinte so wartet doch mal wartet doch mal so weißt du gewin auch die powerwurst und ich so ja was ist denn los mit euch du musst direkt die nächste runde hinterher ist ein bier zwischen und dann das nächste weiter geht's ich will den gleichen song nochmal ja genau digga was ist deutsche eiche deutsche eiche so ein ding nämlich schieß mal oh mein gott was er macht im liegen tor hermann hermann macht im liegen ein tor ja mein pro ja doch es leidet dahin und macht so sein tor hermann hermann ist on fire alter tor fix kina nein ich habe davon nein eigentor oh mein gott ich habe und der greedy data oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott ja 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 ich ja ich habe euch das ja ich habe es jetzt ich sehe ich jetzt ich